hallo liebe freunde zu einem neuen let's play auf meinem kanal und schaut natürlich auf mats lb-kanal abonniert ihn und wenn ihr es vergessen habt ihr wollt mich abonnieren bitte abonniert mich und natürlich ich würde zocken das wäre ganz nett das sind meine spiele minecraft little big planet 3 und die haak revolution spiel und spiel und ich habe noch vergessen bitte schreibt mir in die kommentare was ich für spiel nächstes mal spielen soll und ich werde wahrscheinlich fifa sony hawk oder minecraft spielen ja hallo liebe freunde wir spielen jetzt fifa ich mich entschieden und ja ja fifa 16 aber schreibt es mir gerne in die kommentare ich habe nicht ihr könnt recht entscheidend also mir ist das egal ich werde mir ja sehen was wir genau machen alles habe ich mir noch nicht überlegt und ja es wird lustig mein dritten das ist ja schon mein drittes vielversicht und ja mein drittes let's play überhaupt schön ja und ja ja also ja ja Warte, ich muss noch kurz versuchen, dass die CD steht. Hm. Was ist da? 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 Ja, und dann werden wir heute einfach ein Spaßspiel machen. Ja, und dann werden wir heute einfach ein Spaß machen. Und schreibt es mir in die Mannschaft, ob ich mit YouTube spielen soll oder mit meinem alten Team. Das würde mich schon gerne interessieren.